Sie kennt alle Lieder auswendig und wahrscheinlich weiß sie auch, ob John Lennon zwei unterschiedlich große Füße hatte. Stefanie Hempel ist Beatles-Expertin durch und durch und zeigt in Hamburg jedem, wo und wann die, warum mal waren. Was sie aber immer wollte, ist ein eigenes Album und wie es manchmal so ist, seit gestern hat sie es. Und sie war so nervös vorher, aber auch hinreißend glücklich. Jetzt freue ich mich total. Ich bin total aufgeregt, freue mich riesig, dass die Platte rauskommt, dass wir das heute feiern, dass Gäste da sind, dass alle da sind, die an der Platte mitgemacht haben und jetzt wird es gefeiert. Auf diesen Moment hat sie lange gewartet, eigentlich schon von klein auf, denn seitdem schreibt sie schon Songs. Mit der CD jetzt auch für die breite Öffentlichkeit. Ein Traum, ihr Traum. Ich bin ja mit neun Jahren Beatles-Fan geworden und das war ja wirklich der absolute Einschnitt in meinem Leben. Ich habe diese Musik gehört, habe mich mit dem beschäftigt und wusste, das will ich auch unbedingt machen. Songs schreiben, spielen, vor Publikum auftreten. Und das mache ich eigentlich seitdem, so mehr oder weniger. Und da hat es jetzt fast über 20 Jahre gedauert, bis man die erste Platte wirklich rausbringt und die Leute das kaufen können. Und das ist, ja, endlich ist es passiert. Toll. Die Beatles waren ihre erste große Liebe und die prägen sie bis heute, wenn sie Touristen zu den Orten, an denen die Fepfer ihr Unwesen getrieben haben, führt. Ihre aktuelle große Liebe gilt vor allem ihm her, dem kleinen Luca, für den sie ihren Traum auch ein paar Jahre zurückgestellt hat. Ihm ist ihr Album auch gewidmet. So nah dran heißt das Album. So nah dran war sie schon bei mehreren Plattenfirmen. Doch den meisten war ihre Musik letztlich zu unkonventionell. Eine hat sie aber endlich mit ihren Songs verzaubert. Das sind die Melodien. Das sind die, wie ich finde, sehr erwachsenen Texte. Die, finde ich, ein schönes Kontrastprogramm bringen zu den ganzen gesungenen Poesiealbumen, die heute irgendwie in der deutschen Musiklandschaft die Charts so dominieren. Ich finde, diese Songs, die sie da im Gepäck hat, die müssen gespielt werden, die müssen mitgesungen werden, die müssen gehört werden. Mit viel Gefühl erzählt sie in jedem Song eine kleine Geschichte aus ihrem Leben und geht damit jetzt auf Erfolgskurs. Wer hätte gedacht, dass eine olle Beatles-Kassette so eine Wirkung hat? Ihr Vater bestimmt nicht. Das ist ihr Leben. Und ich bin, wenn mein Kind glücklich ist, dann bin ich unheimlich stolz. Und dann bin ich auch glücklich. Musik ist ihr Leben. Das merkt man ihr sofort an. Schon allein deswegen macht es Spaß, ihr zuzusehen und vor allem zuzuhören.